Denn sie, der Verheißene des Herrn, erscheint auf Erden und sein Name heißt Immanuel, Gott mit uns. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Strahle, strahle, die Herrlichkeit des Herrn gilt auch über dir. Strahle, strahle, die Herrlichkeit des Herrn gilt auch über dir. Strahle, strahle, die Herrlichkeit des Herrn gilt auch über dir. Strahle, strahle, die Herrlichkeit des Herrn gilt auch über dir. Strahle, strahle, die Herrlichkeit des Herrn gilt auch über dir.